Hallo, guten Tag. Was kann ich heute für Sie tun? Ich brauche eigentlich nur einen einfachen Haarschnitt. Verstehe ich. Nur die Spitzen oder möchten Sie es etwas kürzer? Vielleicht ein bisschen mehr als nur die Spitzen, es fühlt sich zu lang an. Möchten Sie Ihre Haare zuerst waschen lassen? Waschen wäre toll. Danke. In Ordnung. Bitte nehmen Sie Platz.